Herzlich Willkommen beim Weihnachtsfilm der Zauber und die Magie von Weihnachten und dem Camino Portugais. Ich stehe jetzt hier vor den Weihnachtsbäumen, aber kein Schnee. Oh, was ist das? Es schneit! Hurra, es schneit! Was ist denn nun der Zauber und die Magie von Weihnachten? Weiße Weihnachten? Die magischen Lichter? Die Weihnachtsmärkte oder der Geruch nach gebrannten Mandeln und Bratwurst oder andere Köstlichkeiten? Der geschmückte Weihnachtsbaum aber sicherlich muss ja nicht diese Größe haben. Jeder wird sich seine eigenen Gedanken dazu machen, was für ihn am wichtigsten an Weihnachten ist. Dem Ursprung nach ist es aber das Fest der Geburt von Jesus Christus und seine Ankunft in der Krippe zum Stall von Bethlehem. In diesem Jahr haben Peter und ich es geschafft, nach drei Anläufen coronabedingt von Porto nach Santiago de Compostela zu pilgern und die Grabstätte vom Heiligen Jakobus zu besuchen. Endlich ist unser Traum wahr geworden. Was ist hier der Zauber und die Magie, was uns getrieben hat, uns über 260 Kilometer die Strapazen ertragen zu lassen und nach Santiago aufzumachen? Für mich ist es ein wenig von allem. Die Landschaft, die Natur und die Freundlichkeit der Menschen, die einem begegnen. Die Neugierde, wo mich der Weg hinführt. Altes Loslassen und Neues zu finden. Ein Weg, der fordert und mir so vieles gegeben hat. Ich glaube, wenn man das schafft und mit sich im Reinen ist, schafft man alles. Immer weiter, immer weiter, so wie im ganzen Leben. Ich bin jetzt jedenfalls süchtig danach. Wenn man den Weg einmal gegangen ist, dann lässt er einen nicht mehr los. Als ich in Santiago an der Kathedrale angekommen bin, war ich sehr emotional berührt und unheimlich glücklich. Mich hat der Weg jedenfalls verändert und auch die Sicht auf das Leben. Geh los und schau, was der Weg mit dir macht. Jeder wird es für sich empfinden und seine eigenen Gründe haben, diesen Weg zu laufen. Denn es ist dein Weg. Wenn du es tun willst, dann tu es und warte nicht länger. Du musst es selber spüren und fühlen mit deinen eigenen Gedanken. Hier noch ein paar magische Momente von unserem Camino. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jetzt möchte ich mich bei unserer Pilgerfamilie noch bedanken denn ohne euch wäre es sicherlich so nicht möglich gewesen Bleibt so wie ihr seid und danke, dass ich das mit euch erleben durfte und danke, dass ich das mit euch erleben und ich bin auf meinem Weg zu euch und ich bin auf dem 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 Weg zu euch Geht jetzt mit mir durch das Heilige Tor und genießt die Bilder und Atmosphäre der Kathedrale. Silent Night, Holy Night All is calm, all is bright Round yon Virgin, Mother and Child Holy Infants, all tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Silent Night, Holy Night Darkness flies and all is light Shepherds hear the angels sing Hallelujah, Hail the King Jesus, the Savior is here Jesus, the Savior is here T'was grace that taught My heart to fear And grace my fears relieved roof reduce campbell lumière Gillia A Die Die Vielen Dank.